Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Resident Evil 2, das Remake. Ähm, ja, äh, ich musste grad schon hier starten, weil Lü Tyrant mir am Poppe singt. Und jetzt hab ich hier noch ein paar Zombies. Ich hoffe, die stehen jetzt kein Problem da. Der klingt auch sehr nah. Ja, der war nah. Scheiße. Hä, was? Willst du mich verarschen? Äh, ja, ne, ist klar. Na toll, und ich hab Galopplein schon wieder. Ach, Gipser, ich verzieh dich da. Ja, da ist Galoppleinz. Ich muss dringend zur Kiste. Schau, Boys. Mist. Also, in den Original Resident Evil 2 hab ich nicht in Erinnerung gehabt, dass der einen das ganze Spiel durch, durch das ganze Spiel hetzt. Dass der nur ab, äh, einigen bestimmten Momenten gekommen ist. Das weiß ich wohl. Aber nicht, dass er einen jetzt die ganze Zeit verfolgt. Na, 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 na. Kraut. Ich brauch Pistolen, Moni. Hab ich noch... Pulver. Nochmal Pulver und für den Fall der Fälle, damit Galoppel-Heizmilch auf den Sack geht. Ach scheiße, stimmt, ich kann mir noch ein Kraut mit einpacken können. Was soll der da jetzt? Okay, das waren die. Was soll? Was soll? Was soll? Was soll? Was soll? Was soll? Ich muss ihn erst weglocken. Ich muss ihn erst da wegkriegen. Shit! Der Tyrant steht jetzt auf dem, oder Mr. X, wie ich ihn nenne, steht da relativ beschissen. Ja komm her, du dumme Sau. Sellerie. Mit Sellerie. Keine Ahnung, was ich jetzt da vor mir gebe. Ihr bleibt tot? Das ist gut. Komm schon, Leon. Sei ein Mann. Und jetzt rauf da. Rauf da, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da. Geil. Tschüss. Der will mich doch verarschen. Geil. Töke. Du bist ja nicht so schlimm. Geil. Du bist ja nicht so schlimm. Geil. 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 Perfekt. Na shit, ich wollte da hin, die Tür. Die Tür wollte ich, die Tür wollte ich. Besten Dank. Das nehme ich mir mal wieder. Reparaturplan. Ja, das weiß ich. Treppe, wo sieht er? Ich hoffe, der kommt hier nicht rein. Wenn er hier reinkommt, habe ich die Arschkarte. Wie schön, ich sehe jetzt auch, dass Leon da einen Biss hat. So, das hier rein. Und da oben das Große rein. Wunderbar. Passt doch wie Arsch auf einmal. Und da haben wir noch ein paar Räume offen. Aha. Das Objekt der Begierde. Hoffentlich muss ich darüber keinen Bericht schreiben. Wie rum, wie rum, wie rum, wie rum. So. Dann ist auch noch eine Tür. Und da oben Okay, das war es hier. Ich habe jetzt mit was anderem gerechnet, aber okay. Wenn hier nicht mehr ist. Hier haben wir alles. Okay. Ich habe jetzt echt Schiss raus zu gehen, wisst ihr das? Irgendwo wird die Galoppeleins da jetzt rumrennen. Das haben wir. Außer hier hinten. Da brauche ich den Herzschlüssel. Wo komme ich hier hin? Stimmt, hier wollte ich noch hin. Aber da komme ich gar nicht hin. Und die Verhörräume haben wir noch offen. Also wenn ich hier rüber komme. Dann hier. Stimmt. Okay. Das heißt, ihr müsst gleich einmal parkourern. Sonst habe ich ein Problem. Wenn der wirklich da draußen ist. Deshalb brauchen wir nachher wieder in den Zellen. das haben wir dann auch schon mal. Okay. Sehen tue ich ihn nicht. Ich habe meine große Fresse. Und ich mit meiner großen Fresse. ... ... Alter. ... ... ... Perfekt. Richtige Tür, richtige Tür. Ähm, schnell, schnell, schnell. Hier runter. Oh. Ich hasse den Terl, ich hasse den Kerl. So, da haben wir das auch weg. Sehr geil. Konfessionsbericht. Ach, das ist der Tresor. Und zwar in Wartezimmer 2F. Gut. Einmal Lüppig Chill. Wir halten ja alles digital fest. Ne? Wo ist denn die Kamera? Da ist die Kamera. Foto ist gemacht. Perfekt. Hier muss noch was sein. War das nicht auch hier, dass hier ein Originalteil ein Licker? Was gibt denn das, wenn ich das hier kombiniere? Pistol Muni. Pistol Muni. Pistol Muni. Wenn wir uns mal hier verdünnisieren, weil hier haben wir alles. Wenn er nicht gleich wieder hier auftaucht, weil ich brauche jetzt ganz dringend eine Truhe. Also, in 2F war der Tresor. Tresor, 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 Wartezimmer, da. Das heißt, ich müsste jetzt einmal... Moment, ich will die Karte hier hoch, 2F und dann den Gang runter rennen. So, Tresor. Handy. Tu dein Dienst. Das ist genau 6. Dann 2. Und dann 11. Tada! Was kriegen wir? Hm, ein Teil für die Mathilda. Sexy. Und weg hier. Haben wir den Raum auch clean. Jetzt will ich erstmal so Truhe, 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 Truhe. Bevor mich Mr. X am Arsch kriegt. Und das will ich nicht. Weil dann brauchen wir jetzt den roten Stein. Rotes Juwel. Kombinieren das. Und kriegen wir jetzt das auf Zeichen. Untersuchen. Aha, da ist ja ein Knöpfchen. Zack, kommen wir in den USB-Stick. Wo war der Raum? Und 2F. Das heißt, einmal durch die Bibliothek. Hier durch. Dann einmal hier rum. Ich werde vorher mal speichern. Weil ich habe Sorge, dass der Tyrant mich sonst am Arsch kriegen wird. Ich sage immer Tyrant. Ich will ihn eigentlich immer Mr. X nennen. Aber naja. Schwamm mal drüber. So, einmal hier rum. Und ich hatte schon Sorge, ich vergesse wieder das Abzeichen. So, die liegen hier ganz gechillt. Ja, hier lebt noch einer. Sind wir richtig? Ja, wir sind hier richtig. Gut. Da liegt noch der Licker. Ja. Sehr nice. Benutzen. Sehr schön. Gib her das Ding. Aha, yes. Brief an die Stars-Mitglieder. Chris Redfield. Sonst ist hier nichts mehr. Spinde kann ich nicht kontrollieren. Wenn ich das jetzt hier einsammle, ist dann der Raum wieder safe. Perfekt. In der Bibliothek muss allerdings noch etwas sein. Was soll denn hier noch sein? Was soll denn hier noch sein? Was soll denn hier noch sein? Hat hier einer der Toten noch was? Oh, ich höre wieder Galop-Lines. Du hast nichts. Und da ist er. Alter, von dir kann man auch keine Ruhe haben, ne? Hier hatten wir alles. Ganz toll. Ah. 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 Au. War das jetzt hier alles? Danke. Ich bin da mal weg. Nur... Oh, mein Drücken. So, dann können wir jetzt eigentlich wieder in die Kälte der Sation zurück. Wie kommen wir da am schnellsten hin? Ja, hier ist er jetzt so. B1. Also, B1. Okay. Hier runter. Richtig? Ja. Zack, 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 zack. Auch wieder der lange Gang des Todes. Okay. Ja, dann machen wir das doch mal eben. Ja, die Zeit haben wir noch. Sollten wir noch hinkriegen. Da ging's um Scheißhaus, da will ich nicht hin. Hier raus, oder? Nee, hier durch. Da liegt uns eine halbe Portion. Ja, nee, ist klar. Obwohl, hier ist eine Schreibmaschine. Und, äh... Kräuter? Nee, Kräuter hab ich dabei. Aber die kann ich eben ablegen. Das bräuchten wir noch. Ich weiß jetzt noch nicht wofür. Behalten wir mein Inventar. Und ab in den Keller mit uns. Keine Hunde, keine Hunde, nix, gut. Alles, alles, alles chillig. Kann man mitarbeiten. Hier liegt er noch. Der dürfte auch nicht aufstehen. Dann können wir das eine Rätsel mal eben lösen. Hier die Zellen sind ja... Ja, nee, ist klar. Äh, voller Toter. Beziehungsweise tot. Ähm... So. Rätseltime in Resident Evil. Jetzt muss ich nur gucken wie. Okay. Okay, so wie ich das gerade hatte, war es schon wohl richtig. Ich bin nicht sicher, wo das hinführen muss. Muss das zur anderen Lampe? Hey, was muss ich hier tun? Das ist schon mal richtig. Was muss ich hier tun? Das Rest hat kalt gemacht, ich weiß nicht was ich hier tun muss. Muss ich jetzt die beiden miteinander hier verbinden? Oder das mit hier oben? Dann wird das so. Der geht so. 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 ich habe jetzt ich bin gerade ich zu blöd dass es also lösen kein plan ok das war jetzt reiner zufall jetzt nehmen wir uns von ihmchen hier mal die karte ich finde das ist ein zu großer zufall das ist ein zufrieden das ist ein zufrieden und das verdammt große loch mitten in der stadt von dem man übrigens munke des Okay, das ist nur das, was wir wieder gelesen haben. Das Wichtigste ist, wir haben die Karte. State Spray mitten auf dem Scheißhaus, warum nicht? Ben's Notiz. Code Name Tyrant. Okay, nennen wir ihn einfach Tyrant. Hab ich da alles? Jawohl. Alter. Das ist gar nicht gut. Na klar, der dicke so erst. Das ist gar nicht gut. Und schluss. Ach, nein, geh weg. Alter, nein. Du Hund. Ähm, wo lange laufe ich hier grad lang? Scheiße. Fuck, 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 fuck. Lass mich los. Hau ab. Hau ab. Du, gib kass, gib kass, gib kass. Boah. 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 Hör langsam öde. Deinen Arsch retten schon zweimal. Also das kann man nicht überleben. Beim besten Willen nicht. Jetzt, äh, wie sieht meine Gesundheit aus, auch geht ja noch. Ähm, ja komm, wir haben einfach Statespray gefunden. Wir sollten vielleicht das Tor aufmachen. Ja, ich bin dabei, ich Zucker stecke. Aber ich mache jetzt ja erstmal einen kleinen Cut, weil wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ich würde sagen, hoffe es hat euch gefallen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.